Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000 und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und bauen weiter unsere Armee auf für unseren geilen Angriff hier, für die letzte Materialschlacht und genau, und ich wollte jetzt am besten hier noch weiter erkunden fahren, genau, hier war ja genau, hier war ja diese kaputte Basis, ne, richtig, die hatten wir schon in einem ersten Failpart erkundet. Und, ähm, ja, genau, wir bauen weiter unsere dicken Dinger hier und, genau, wir wollen jetzt weiter hier ein bisschen erkunden fahren, ich will sehen, was hier Sache ist, Mensch, steht direkt ein Strike, okay, gut, ähm, war ein weiteres Strike, weil ich glaube, der geht jetzt kaputt hier, der geht jetzt kaputt, weil ich noch nicht mal in die Basis reinkomme, oh man, ey, wirklich. Naja, gut, Leute, unsere Armee hier wächst auf jeden Fall, und, ähm, ja, saugut schon mal, 600 Dollar, ja, das passt sogar, 1-1-1, so, sehr schön, Strike ist wieder fertig hier. Und, ja, willkommen in der Tunnelmission, ich bin voll im Tunnel hier, und, ich nehme die fünfte Folge jetzt am Stück auf, also, 2 Stunden, 45 Minuten sind das dann am Ende, ich glaube, ich will die Mission heute noch durchspielen, ja, ja, ich will das Spiel heute noch durchspielen. Und, ja, wir haben wieder eine Todeshand, okay, wo denn, Mensch, immer wird irgendwas von mir angegriffen, das ist so nervig, Leute. Gut, ähm, hier fahren wir einfach mal erkunden weiter, am besten nicht hier rein, weil da stehen wieder zwei Raketentürme, und, jo, wir wissen aber auf jeden Fall schon mal, wo die Basen sind, hier ist eine große Basis. Und, dann würde ich mal sagen, kurven wir einfach mal weiter hier durch, und bauen einfach weiter unsere Armee auf hier, so, los, Leute. Diese Mission ist so heftig, wirklich, Leute, die ist so krass, diese Mission. Ja, der verfolgt mich jetzt hier zwar, aber soll der mal versuchen, hier. Der Trike ist schnell genug, um denen zu entkommen, ja, ja. Der Trike ist schnell genug, um denen zu entkommen. Ja, wobei, die Kampfpanzer, die sind auch nicht gerade langsam, ne? So, hier ist, glaube ich, nur Wüstes Land. Okay, dann... Abbruch, und am besten mal hier durchfahren, genau. Ah, nein, der will sich anschießen. Okay, los. Genau. Ah, nein, jetzt ist er gelb. Jetzt ist er gelb. Ah, jetzt ist blöd, ja, ja. Der ist kaputt. Okay, aber das reicht mir. Hier ist der eine Imperator. Hier ist der Atreides-Typ. Und... Das reicht mir erst mal an Sicht. Ähm, damit ich weiß, ja, womit ich es dann zu tun haben werde, ne? So. Dann weiter große Panzer bauen. Einfach weiter dicke Dinger bauen. So. Leute, ich hab die Schnauze voll von dem, wirklich. Ich hab die Schnauze voll von dem Gegner. Und ich denke mal, wir werden diese Mission in zwei Parts schaffen. Somit dann auch das Spiel. Guck mal, da kommt auch sogar schon nur ein Flugzeug durch. Ja, das ist... Das ist ganz gut. So. Ein Flugzeug. Wie süß. Ja, gut. Dann mach du mal... Werf du mal deine Böhmchen da. Alles klar, Leute. Sobald wir die ersten beiden Gegner kaputt gemacht haben... Ich glaube, dann wird's... Dann ist ein Silberstreif am Horizont. Gut. So. Weiter geht's hier. Weiter aufbauen. Einfach die Armee weiter aufbauen. Wo denn jetzt schon wieder? So. Gut. Ja, genau. Einfach weg damit. Sehr gut. Weiterbauen. Los. Einfach weiter hier Armee sammeln. So. So. Genau, Leute. Soll ich nochmal einen Trike bauen? Ich glaube, ja. Bau nochmal einen Trike. Ja, Leute. Freut mich, was ihr immer wieder hier dabei seid. Bei June 2000. Und... Ja, ich bin jetzt voll im Tunnel hier. Wirklich. Voll im Tunnel. Wirklich, was June 2000 angeht. Ich bin so fokussiert in dieser letzten Mission des Spiels. Das ist unfassbar. Der Trike ist fertig. Der kann schon mal da oben hinfahren. Das dicke Rohr lasse ich da stehen. Wir haben gerade so ein bisschen Ruhe. Das finde ich ganz geil eigentlich. Das Beiß fließt, Leute. Genau, Leute. Da möchte ich schon mal hier so ein paar Kommentarschrager grüßen. Die beiden, die hier schön, äh... Jedes Video von mir schauen. Das sind der Mastermind und der Flying Dragon. Und neulich auch der Chris18. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ähm... Wie ihr mir hier zuguckt bei der letzten Mission. Und... Ja. Richtig cool. So, Leute. Wir erkunden hier weiter. Aber ich glaube, hier oben ist nämlich nichts mehr. Ne? Hier oben ist nur wüstes Land. Ja gut, aber ich habe gerne ganze Karten aufgedeckt. Ihr kennt mich, Leute. Und ja, geht's euch gut soweit? Ich bin langsam im Tunnel hier. Aber mir geht's noch gut, nach wie vor. Und... Ja, so eine krasse Mission, wirklich. Eins, eins, eins. Zack. Einfach immer meine Armee weiterbauen. Immer schön weiter Panzer bauen. So. Das Beiß fließt... Oh. Da sehe ich doch schon alles klar, Leute. Weiter dicke Dinger bauen. So. Ähm. Ihr könnt hier... Das wächst schon ziemlich, ja. Dann bauen wir mal weitere Quats. Und ja, genau, Leute. Speichern nicht vergessen. Ganz wichtig. Aber es ist nur einmal abgestürzt. Ähm. Ich hoffe, dass es... Kein Geld mehr, alter Schwede. Warum? Was ist los mit euch? Warum fließt das Spice nicht? Bereit. Uh. Düstere Musik. Fahr doch da hinten hin. Da haben wir neue Anweisungen. Gut, Leute. Der versucht hier wieder irgendwas mit Främen. Aber nicht mit mir, Freund. Och, nein. Neuen Track bauen. Das ist so bescheuert, wirklich. So. Hier sind alle meine Sammler, ey. Wirklich. Weißt du was? Geht mal da hin. Hier sind auch viele Gegner-Sammler, sehe ich gerade, ne? Hier sind viele Gegner-Sammler. Weißt du was? Nehmen wir ein paar Quats. Und mach die dann mal kaputt, die Sammler. Das ist gar keine schlechte Idee, ja? So. Nehmen wir hier ein paar Quats mit. Sechs Quats oder so. Bleib du mal da, allos. So. Dann nehmen wir die sechs Quats und fahren wir hier hin. Das geht gar nicht, dass die Gegner uns hier das Spice-Cloud. Och, Mensch. So. Was? Jetzt schon wieder. Diese ganzen Raketen-Panzer, die außerhalb der Range sind. Der nervt richtig, ey. Das. Ja, gut. Turm nachbauen. Gut, dann zieh die mal hier rein. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Stress machen. So, mach die ganzen Sammler hier kaputt. Was soll denn das? Noch ein Turm ist kaputt. Okay. Gut, egal, Leute. Wir haben genug Geld, um uns hier jederzeit neue Türme leisten zu können. So. Wir haben auch genug Energie. Wir haben genug von allem. Mach die scheiß Sammler kaputt, ey. Noch ein Turm weg, okay. Oh, das ist so eine Materialschlacht hier. Das ist die letzte Mission. Wirklich. So, dann. Ja, ja, ist gut. Noch ein Turm ist weg. Aber das passt. Das können wir verteidigen, Leute. Das kriegen wir verteidigt. So. Einfach weiter Türme bauen. Und dann passt das schon. Jo, Leute. Alles klar. Ja. Haben wir verteidigt. Sehr gut. So, Leute. Schön die Sammler hier platt gemacht. Oh nein. Das Spiel ist abgestürzt. Ah. Okay. Ich sag mal bis gleich. So. Da bin ich wieder, Leute. Aber das ist gar nicht mal so schlecht hier, weil... So können wir früher die Sammler sehen. Und, ja. Ist gar nicht so schlecht, dass das jetzt abgestürzt ist. Da kann man nämlich früher die Sammler platt machen. Genau, Leute. Und mit dem Schweig kann ich jetzt auch ein bisschen schlauer mit umgehen. Weil, ja. Genau. So. Einfach schön mit ein bisschen Abstand daherfahren. Und, ja. Da können wir jetzt hierzwischen mal ein bisschen erkunden. Na, genau. Hier geht's ja noch weiter. Richtig. So, Leute. Fahr mal hier oben hin. Los. Weil der Gegner, der kommt jetzt gleich ziemlich heftig angeschissen. Und, ja. Der ist weg. Okay. Gut. Dann nehme ich jetzt mal hier meine Quats. Stell die mal da vorne hin. Und mach mal meine Sammler platt. Nicht meine, seine Sammler platt. So, Leute. So, Leute. Am besten nochmal speichern, bevor es wieder abstürzt. Und ich muss meine Uhr mal wieder anmachen. Mann, Mann, Mann. So. Immer vergesse ich das. So, mach den kaputt. Den Sammler. Am besten alle hier. Alle gegnerischen Sammler mal platt machen. Da kommen nämlich schön noch mehr. Ja. So. Mach den kaputt. Sehr gut, Leute. Die Quats sind so geile Sammlerjäger. Wirklich. So. Mach die kaputt. So. Mach den Atreides-Sammler hier unten kaputt. Ah. Da ist jetzt wieder diese Kack-Raketenpanzer da, ne? Ja. Na gut, Leute. Egal. Wir bauen Turm nach. Werden wir brauchen gleich. Oh nein. Jetzt. Was macht der denn hier jetzt? Hörst du auf? So. Sammler kaputt machen. Schneller. Bevor der den abholt hier. Okay, sehr gut. Mach den kaputt da, den Quatsch. Und hier weiter kaputt machen. Los. Ich hol mir auch weitere Quatsch. So. So, Leute. Ähm. Mach mal hier. Mach mal hier die ganze Kack-Raketen kaputt. Los. Wir haben den Turm fertig. So. Gut. Ähm. Die Leute hier. Die machen jetzt weiter hier den ganzen Quatsch kaputt. Gut. Oh Mann. Wirklich. Scheiße, ey. Oh, Sammlerschlacht. Sammlerschlacht hier. Okay. Das reicht nicht. Schade, Leute. Gut. Da hab ich jetzt natürlich Aggressionen auf mich gezogen. Na klar. Gut. Dann, äh. Ja, mach die Sammler auch kaputt hier los. Ja. Ein Sammler ist weg. Den kann ich aber neu bauen. Und das ist nicht schlimm, Leute. So. Gut. Dann. Zieh die mal hier rein. Los. Zieh die mal hier in die Türme rein. Hahaha. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Alles klar. Oh, sind die dreist. Wirklich. Die sind dreist. So. Leute. Genau. Haben wir schön ein paar Sammler platt gemacht. Hier ist auch schon. Ist das denn nix? Wirklich. So. Spiel gespeichert. Sehr gut. Und macht ihr kaputt. Los. So. Oh, zwei Schallpanzer. Krass. Gut. Den haben wir. Ui. Ui. Okay. So. Dann. Turm nachbauen. Okay. Rakete ist bereit. Geil. Die Quatschte kommen wir wieder hier unten hin. So. Ja. Gut. Dicke Dinger weiterbauen. Sammler ist wieder da. Sehr schön. Ja, komm dann. Oh. Was? Okay. Krass. Nach wie vor, ne? Nach wie vor irgendwie. Gut, dann mach weiter. Los. Dann mach ich jetzt weiter, Sammler kaputt. Ja, das ist. So. Ja gut, na dann. Meine Fresse, wirklich. Der wollte zurück, ne? Ja, dann schick den mal zurück hier. Los, Leute. Ja, Mäniken sind Kacke. Für die Quats. Wir können nämlich keine Mäniken überfahren. Was ist das? Gut, Leute. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Weil ich hier auch ununterbrochen hier dicke Teile baue, ne? So. Wow. Die machen so viel Damage. Diese Faxadokars. Machen die meinen Turm sogar im Arsch? Nee. Nee. Das macht den doch kaputt. Oh, okay. Ja gut, das kann er vergessen. Pff. So, Leute. Puh. Okay, nochmal speichern. Nichts, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Team 2000, wie ich hier versuche, wirklich, äh, die Mission noch zu schaffen heute. Ah, das ist natürlich geil. Ja, dankeschön. Dass du deinen Sammler an meinen Raketenturm-Film vorbeischickst. Die ganzen Sammler können wir alle im Arsch machen. Bestätigt, Ende und aus. Der hat jetzt genug gesammelt, der Gegner, wirklich. Der hat genug gesammelt hier. So. Mach mal die Atreides-Sammler da platt. So. Na, das ist halt blöd, dass die sich immer selber abschießen, ne? Weißt du, was den opfer ich einfach? Ähm, den... Fahr hier rein, einfach probier's mal. So. So, Leute. Dann... Kann ich wieder eins, eins, eins machen. Genau. So, Leute, ja. Richtig. Alles klar. Wie gesagt, fünfte Mission, äh, fünfte Folge am Stück. Nehme ich quasi hier heute Material für zwei Wochen auf, ja. Krass. So, das ist schon eine krasse Aufnahmesession, die wir jetzt gerade hier haben, ja. Das ist so dreist, ne? Was der da macht. Der sammelt wirklich hier die ganze Zeit bei uns hier unten. Das ist so kackendreist. So, egal. Machen wir kaputt. Machen wir einfach kaputt. So. Kein Bock mehr auf den Scheiß hier, wirklich. So. Nochmal speichern kurz, bevor es wieder abstürzt. Oh. Was war das denn für einer? Okay. Gut, Leute. Ich glaube... Ich glaube, wir gehen angreifen. Es ist soweit. Wir gehen... Wenn die letzten Einheiten hier fertig sind, gehen wir angreifen. Da hab ich die Schnauze voll. Wir schnitt nicht Ende aus. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Genau, da kommen sie nämlich. Da kommen meine letzten Einheiten. So. Leute, das ist wunderbar hier. Wirklich gut. So. Dann können wir, wenn alles gut läuft, schon mal die beiden Basen hier platt machen. Und das dicke Ding kommt schon mal mit hier runter. Und zack. Genau, Leute. So. Dann würde ich mal sagen... Nein, fahr doch nicht in den Bereich rein. Verdammt. Egal. Ähm. Nein. Jetzt geht doch da... Ach, schneller. So. Das ist Team 1. Das kann schon mal hier hinfahren. So. Setzt euch mal in Bewegung. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal angreifen. Ich glaube, meine Stimme geht so langsam ein bisschen weg. Kein Wunder, wenn ich so lange aufnehme hier. So. Dann Team 2. Das kann schon mal hier hinfahren. So. Jetzt reicht es mir nämlich langsam hier mit dem Gegner hier. Kein Bock mehr. Ja. Wirklich, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hier aufgebaut. Und. Ja. Genau. Wir haben uns hier aufgebaut. Und. Wir können jetzt endlich zurückschlagen, Leute. Oh. Die geile, die geile Maschiermucke ist da. Ich stelle dich mal bitte da hin. Oh. So. Mit der geilen Maschiermucke gehen wir jetzt angreifen. Na bitte neue Anweisungen. Aber erst mal auf alle Einheiten warten hier. Na bitte neue Anweisungen. Doof da. Hör die Maron. Gut. Leute. Wir haben es. Wir haben uns befreit. Dann würde ich mal sagen. Speichern wir das ganze Ding mal. Zwei. 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 die Todeshand hier draufschmeißen. Und los. Los hier. Los. Drauf da. Auf sie mit Gebrüll hier. Verdammt nochmal. So. Drei Raketentürme. Wirklich. Das tut so weh. So. Es geht los, Leute. Es geht los. So. Batsch. Einfach weg. Trifft wunderbar. Geil. So, Leute. Jetzt geht's ab hier. Materialschlacht. So. Auf den Scheiß Raketenturm hier los. Macht den kaputt. So. Alles klar. Dann macht ihr schnell hier die... Die schaffen das sogar hier die Basis platt zu machen. Ernsthaft? Ja, gut. Okay, dann. Dann easy. Okay, Leute. Batsch. Sehr gut. Oh, sehr schön. Der erste ist weg, Leute. Direkt weg damit. So. Direkt weg mit dem Scheiß hier. So. Los. Oh, sehr schön. Speichern. So, Leute. Das Team 2, das... Pfff. Ja. Keine Ahnung. Da hab ich auch wie schon den Schallpanzer gehört hier. Mach den Bauhof weg. So. Batsch. Sehr schön, Leute. Dann hat das Team 1 wirklich hier... ...die erste Atelier des Basis komplett platt gemacht. Das ist doch schon mal sehr geil. Wie viel Energie hatten der noch? Batsch. Sehr gut. So. Dann funktioniert der jetzt schon mal nicht mehr. Das ist schon mal gut. Gut. So. Die erste Basis ist weg, Leute. Die erste Basis ist weg. So. So, Leute. Letzte Mission. Erste Basis weg. Ich weiß ja nicht, was hier oben alles noch ist, ne? Weil ich da leider nichts sehe. Das ist ja das Problem. Aber es geht schon. Mach die Zalla kaputt. Los. Los. So. Hey. Mach die den kaputt jetzt. So. Gut. Alles klar. Oh nein. Ein Wurm ist jetzt so echt scheiße. Ein Wurm ist jetzt echt scheiße. Naja gut. Dann setzt euch mal in Bewegung. Wenn ich die was Tatoren durch Würmer verlieren würde, das wäre richtig mies. Gut, dann... Ich bin doch mal drauf da. Los. So. Los. So, Leute. Dann macht ihr mal den Sammler da kaputt. Ah, ne. Fahrt einfach hier hoch. Los. Fahrt einfach hier hoch. Und... Das Team 2, das kann sich mal da sammeln. So. Nochmal speichern. Und nochmal die Spielgeschwindigkeit hoch machen. So, Leute. Wir rollen drauf los hier. Hehe. So. Einfach drüber fahren. Einfach drüber fahren hier. So. Einfach auch hier. Einfach drüber fahren. Genau, Leute. Das ist gar keinem so schlechte Idee hier. Macht den kaputt. Los. Okay, Leute. Gut. Alles klar. Dann... Dann geht's jetzt los. Hehe. Mit der Materialschlacht hier. Und dann würde ich mal sagen... Yo. Kümmern die sich mal hier drum jetzt. So. Nein, 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 nein. Team 2 hält sich noch raus. Ich hab hier nämlich ne Master-Taktik. Schön abschwächen hier mit den normalen Einheiten. Genau, Leute. So. Boah, hat der das befestigt hier, ne? Das ist so heftig. Aber ich will den noch gar nicht angreifen. Ich will erstmal den Imperator hier platt machen. So. Ah. Ah, das ist meiner. Okay. Gut. Alles klar. Gut. Na dann. Geht ihr mal hier hin jetzt? Boah, Silos. Oh. Tatsächlich. 2, 2, 2. Und dann hier. Zack. So. Hack jeden Türmel platt machen. Los. Los. Oh, nein. Genau dann, wenn ich angreifen will. Verdammt nochmal. So. Dann lass dich explodieren. So. Das müsste passen dann. Du sollst dich explodieren lassen. So. Das sollte dann passen. Und zack. Sehr gut. Alter Schwede, ey. Wirklich. So. Mach diese scheiß Raketen-Türme platt hier. Mann. Die nerven doch. Gut. Dann macht ihr jetzt halt mal hier. Und ihr macht hier weiter. Ne? So. Genau. Scheiß Imperator. So. Weg damit. Weg mit dem Scheiß hier. Los. Das nervt doch von beiden Seiten. Schallpanzer unbedingt wegmachen. Die Scheiße. Äh. So. Leute. Weiter geht's. Was soll denn das hier? So. Mach die scheiß Mannequin platt. Hier können wir auch einfach reinrollen, ne? Batsch. Ja, okay. Das ist dann... Was soll das denn hier? Batsch. 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 Sehr gut. Und nochmal speichern, Leute. Bevor es wieder abstürzt. So. Ja. Oh, das ist sehr gut, ey. Wirklich. Raumhafen. Ah, ne. Hier. Kleine Waffenfabrik. Weg machen. Los. Scheiß Imperator, ey. Immer auf der Gegnerseite. Wirklich. Batsch. Sehr gut. Jetzt den Bauhof wegmachen. Los. Fahr einfach über die scheiß Mannequin drüber. So. Leute. Ah, der will wieder hier nerven. So. So. Kannst du gerne versuchen. Das ist... Batsch. Sehr gut. Ah, Mannequin. Überall kommen Mannequin raus, ne? Das ist so nervig. Wirklich. Ja, gut. Aber dafür dann... Nee, fahr da drüber. Ich muss da echt nochmal mit den Dings rein, ne? Mit den Devastatoren. Diese Mannequin hier. Wirklich, ey. Ja. Egal. So. Gut. Dann geht ihr jetzt mal hier hin. Das hier ist nämlich kaputt. Das wird jetzt nämlich schön kaputt gemacht noch. Gut, Leute. Ähm. Dann würde ich mal sagen. Sammelt euch mal hier vorne. Am besten mal mit schnellerer Spielgeschwindigkeit hier. Wir haben noch neun Minuten, Leute. So. Das ist fast kaputt. Batsch. Sehr schön. Einfach drüberfahren und weitermachen. So. Leute, los geht's hier. Es geht los. Spiel dann... Nee, Spiel speichern noch. Moment. Spiel speichern. Bevor es wieder abstürzt hier. Los, so. So. Fünfte Folge. Es nähert sich dem Ende. Ich hab ne Todeshand. Sehr schön. Gut. Dann... Fresst euch einfach hier durch, Leute. Fresst euch einfach hier durch. Du fährst mal ein bisschen erkunden. So, da ist doch schon mal ne Kaserne. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann macht ihr jetzt hier in der Zwischenzeit die Kack-Raketentürme hier im Arsch. Batsch. Sehr schön. Und am besten noch diesen Panzer da. Einfach reinfressen. So. Einfach Dampfwalze und reinfressen hier. Ah, die hat nicht ganz getroffen. Schade. Gut, dann egal. Dann macht das halt so. Und ihr bleibt mal bitte hier, Mensch. Einfach hier reinfressen. So, Leute. Sehr, sehr gut. Alles klar. Batsch. Ja. Dann, Leute, würde ich mal sagen. Wir haben eine Übermacht. Wir können hier rein. Fahrt doch mal da rein. Ihr braucht ewig lange. Wirklich. Weißt du was? Ich brauche noch mal ein paar Trikes. So. Ich will wissen, was da noch so ist. Genau. Schaltpanzer. Ja, gut. Butch. Butch. Raumhafen weg. Butch. Das hier wegmachen. Scheiß Luftangriffe. So. Einfach reinfressen. So, Leute. Batsch. Sehr schön. Einfach hier weiter. Oh, die Mucke passt so geil, ey. So dieser Brutalität hier. Also wirklich. So, jetzt reicht's langsam hier mit dem Scheiß. Ich mach hier Wachdienst. So. Ich brauch wieder Silos. Oh. Okay. Batsch. Okay. Sehr schön. Der ist weg. So. Gut. Weiter geht's, Leute. Macht ihr mal die Energie da platt. Und ihr macht das Forschungszentrum weg, ja. Eine Minute. Genau. Leute. So. Wir haben's endlich. Wir haben's endlich. Sehr, sehr gut. Gut. Leute. Die uns 2000 ist Geschichte fast. Das ist ja wohl mega nice hier. Wirklich. Wow. Dadurch, dass die, äh, in Anbetracht dessen, dass die Mission so übel scheiße angefangen hat, ähm, geht das ja jetzt noch, ne. So, würde ich sagen, macht die ganze Energie hier platt. Äh. So. Batsch. Und weiter kaputt machen. Batsch. Sehr gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, Spiel speichern erstmal und dann die Spieleinstellung hoch. Weil das kann man ja jetzt auch in schnell machen hier. So. Gut. Batsch. 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 So. Batsch. Wegmachen. So. Wow, Leute. Das ist krass. So. Und zack. Oh, da kommt nochmal was. Okay. Da kommt nochmal was vom Imperator. Okay, da mach ich mal wieder Spielgeschwindigkeit langsam hier. Und einfach wegmachen und einfach hier. Zack. Genau, Leute. Dann. Jawoll. Leute. So. Der hat doch noch Panzer. Ja, wir fressen uns hier durch. Das ist richtig krass. So. Leute. Wir haben es gleich geschafft mit Dune 2000. Boah, ist das krass. Das war aber auch jetzt ein langes Projekt. 60 Folgen oder so. Richtig krass das Projekt, ja. So, Leute. Da kommt jetzt hier der letzte Widerstand nochmal. So. Ja, mach die Kackmama kaputt da, ey. Wirklich. So, butz und weg damit. Sehr schön. Und hier. Ihr bleibt alle hier oben. Los. Was macht ihr denn da? Fahr du einfach da drüber. Über das Medikin drüber. Genau. Oh, tatsächlich. Die machen ein paar Panzer von mir im Arsch. Sehr gut, dann geh du mal dahin und zerstör dich mal selber. Klappt das noch? Ah, schade, Leute. Schade. Das wäre gut gekommen. Na, egal. Ähm. So. Boah, die machen echt einige von mir kaputt hier. Was ist denn hier los? Die machen echt einige von mir im Arsch. Krass. Aber das wird denen auch nichts bringen. Das zieht es nur... Das zögert es nur heraus, Leute. So. Ähm. Was ist das denn da? Kaputt. So. So, Leute. Äh. Letzte Verteidigungslinie hier. Von dem scheiß Imperator. Der sich nie auf unsere Seite geschlagen hat, sondern immer nur auf die Gegnerseite. Verdammt nochmal. Ich brauch schon wieder sie los. Ja gut, dann, äh... Mach den Turm deinem Arsch. Los. Gut, dann hier. Zwei, zwei, zwei. Und hier nochmal sowas. Alles klar. Nö, weißt du was? Nö. Äh. Du gehst jetzt mal da hin und machst mal eine Selbstzerstörung. Was machst du denn? Warum ist der so langsam? Mach hier so. Komm. Verdammte Scheiße. So, der Raumhafen ist weg. Sehr gut. Wir fressen uns hier weiter durch. Der Raumhafen von dem ist weg. Sehr gut, Leute. Arakis gehört uns. Den Harkonnen. Leute. So, dann nochmal kurz hier. Einmal hier die scheiß Raketentürme weg. So, langsam wird's knapp tatsächlich. Langsam wird's tatsächlich knapp. Einen ganzen scheiß Raketentürme. Meine Güte, ey. Das ist so nervig hier. Äh. Verdammt. Mach die kaputt hier. Was halten die so viel aus? Mann. So. Äh. Wow. Der hat echt meinen Angriff abgewehrt. Der hat echt abgewehrt. Äh. Mann. Scheiß Raketenpanzer. So, okay. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Und dann haben wir das doch trotzdem. Mit vier dicken Dingern da. Ne? Genau, Leute. Ja. Batsch. Drei sind übrig. Krass. Drei dicke Panzer. Aber wir haben auch wirklich viel kaputt gemacht hier, ne? Was kommt da denn schon wieder, Mensch? Wir haben auch wirklich viel kaputt gemacht. Wir haben das alles kaputt gemacht. Wir haben das hier kaputt gemacht. Wir haben das hier kaputt gemacht. Krass, Leute. Oh. Schaut euch das an. So, kommt ihr mal alle mal hier raus jetzt. Los. Einfach mal alle hier raus. Einfach mal alle zusammen gleich. So. Dann. Einfach mal hier reinfahren. Was hat er denn hier alles? Ich müsste eigentlich mal ein bisschen erkunden noch, ne? Gut. Ziel für die Todesfaktion. Hand ist das hier. So. Los. Die scheiß Waffenfabrik. Los. Also, irgendwoher kriegt er noch Manneken. So. Weg damit. Los. Scheiß Imperator. Wirklich. Und. Ja. Sehr gut, Leute. Die Waffenfabrik ist Geschichte. Sehr schön. Ja, Leute. Das ist meine Uhr. Aber das ist mir gerade scheißegal. Ich mache in dieser Folge die Dune 2000 fertig. Das ist eine Finalfolge, Leute. Und. Und. Ja. Meine Fresse, ey. Diese Manneken überall. Wirklich. So. Mach die weg. So, Leute. Ich würde sagen, ich speichere das Ding nochmal. Und mache nochmal hier. Spielgeschwindigkeit hoch. Genau. Leute. So. Oh, nein. Ja, das war's. Scheiß Türme hier überall. Ey. Wirklich. So. Dann mach weg. Dann scheiß da. Los. So. Und hier reinfressen. So. Sehr gut. Ah. Manneken überall. Gut. Die müssen wir noch irgendwie platt fahren. So. Ähm. Der geht immer auf den Kaputten, ne? Batsch. Sehr gut. Leute. Wir haben's. Wir haben's. Alter, nervt der. Wirklich. So. Gut. Egal, Leute. Wir haben den Imperator auch weg. Sehr schön. So. Mach mal schneller hier. So. Zack. Weg damit. So. Einfach weiter drauf ballern hier. Los. Batsch. Batsch. Sehr schön, Leute. So. Das passt. Sehr gut. Gut, Leute. Wurmtzeichen. Ah, nein. Da ist noch eine kleine Basis, ne? Ja, gut. Okay. Wisst ihr was? Dafür nehme ich das hier. Zack. Nehm einfach mal das hier. Und, äh. Stellt euch mal hier hin. Los. Da ist noch so eine kleine Basis da. Okay, krass. Gut, Leute. Ich mache alles jetzt im Highspeed-Tempo. Weil viel ist da ja jetzt wirklich nicht mehr, Leute. Letzte Mission. Letzte Mission, wirklich. So. Mach den Sammler im Arsch. So. Batsch. Sehr gut. Können wir von hier oben reinrollen, ne? Alles klar. Spiel speichern, Leute. Wir sind jetzt gleich bei 40 Minuten. Aber das ist eine Finalfolge. Deshalb, ja. Mach den Sammler im Arsch. So. Der holt den ab. Oh, Mann. Oh, Mann. Was macht ihr denn? Ey. Dann spring dich in die Luft. Schade. Gut, Leute. Egal. Dann haben wir jetzt die hier. Und können wir jetzt hier... So, Leute. Den letzten Widerstand hier. Komplett wegmachen. So. Ähm. Genau. Wegmachen. Wegmachen. So. Weg. Weg. So. Das war das Letzte jetzt, oder? Fahrt mal ein bisschen erkunden. Wir haben es geschafft, tatsächlich, Leute. Aber der Gegner hat da auch fünf Basen, ne? Erste Basis. Zweite Basis. Dritte Basis. Da schmeiß ich mal direkt die Rakete rein. Vierte Basis. Fünfte Basis. Alter, das ist... Aha. Schaut mal da. Da ist das Ding von dem Imperator. Das Imperatorgebäude, Leute. Ich hoffe, wenn wir das haben, haben wir gewonnen, oder? Oder was? So, Leute. Arrakis gehört jetzt uns. Arrakis gehört uns. So, dann würde ich sagen, hole ich mir noch mal ein paar Quatze hier. Los. Wir haben es. Leute, wir haben es. Sehr schön. Noch vier Minuten. Leute, wir haben es geschafft. Du, meine Güte. Ey, die letzte Mission, die war wirklich ein Knaller. Muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Wirklich. Die war echt schwer. Die war echt schwer, die letzte Mission, ja. Aber wir haben es geschafft. Boah, wir haben Dune 2000 durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist so krass, dass wir jetzt Dune 2000 tatsächlich durch waren. Wer macht den Sammler kaputt? So. Wo haben wir noch mehr Sammler hier? Ah, nochmal kurz gucken. So, der ist ja weg. Ach, da ist noch dieser Panzer. Okay, geil. Ja, gut. Hier ist noch dein Sammler, genau. Der Turm macht die Energie dann noch platt. So, ja, ich baue ja schon. Gut, spiel schon speichern. So, Leute. Gut, dann sammelt euch einfach mal da. Genau. So, dann nehme ich jetzt hier meine Sammler-Truppe. Ein paar Quats. Und, jo, die machen dann den Rest hier unten zum Beispiel, ne? Mach den mal da weg. Mach den mal weg da. Ah, Moment. Erstmal sammeln. So, jetzt. Bevor er den abholt. So, Leute. Weg damit. Weg mit der Kacke hier, wirklich. So, die kommen da hin. Ich mache ihn da oben drauf. So, Leute. Yo. Wir haben es geschafft. Wir haben es. Wir haben es. Die Atreides wurden ausgelöscht. Nur noch vom Imperator irgendwas hier. Natürlich muss der Imperator wieder als letztes überlassen. Ach, Menike. Ich melde mich wieder vor. Ha. Leute. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben die um 2000 durch. Oh mein Gott. Schick die Sardukar raus. Ich will einen vollständigen Lagebericht. Hoheit, der Schildweil ist durchbrochen worden. Wir müssen uns zurückziehen. Zurückziehen? Ich will einen vollständigen Lagebericht. Hoheit, der Schildweil ist durchbrochen worden. Die Sardukar würden abgeschlachtet wie Vieh. Wir müssen uns zurückziehen. Der Schildweil, der Imperator des ganzen bekannten Universums, soll sich zurückziehen, wo der Sieg so gut wie sicher ist. Schick die Sardukar raus. Sardukar. Hoheit, schick die Sardukar raus. Boah, geil, Leute. Beste Cutscene ever von den Harkonnen. Jawohl, Leute. Wir haben es geschafft. Einheitenpunkte, yo. 1.195 Kriegsherr, geil. Okay. Leute. Die Cutscene von den Harkonnen war die beste. Von allen dreien. Ja, Leute. June 2000. Wir haben es endlich durch. Meine Güte. Wir haben es durch. Boah, das war jetzt aber auch echt eine knackige Mission. Ich habe die am Stück gemacht. Fünf Folgen. Und das war die schwierigste von allen letzten Missionen, finde ich. Also das, was da an Einheiten kam, ne, dass ich zwischendurch mal abbrechen musste, das war schon echt heftig. Echt heftig. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo. Ein riesig langes Projekt geht zu Ende. Ein 60-Part-Projekt, Leute. June 2000, ja. Meine Güte. Richtig krass. Und das Finale war episch. Diese letzte Mission, die war wirklich eine, wo man sagen konnte, jo. Das ist eine letzte Mission, die es würdig ist, als letzte Mission bezeichnet zu werden. Boah, richtig geil. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben June 2000 durch. Boah. Ich bin kaputt. Aber es hat sich am Ende doch gelohnt. Und ja, was kann ich dazu sagen. Also richtig geiles Spiel. Ich habe es so genossen, das zu spielen, wirklich. Ich empfehle es jedem weiter. Wirklich jedem. Und ja, wenn ihr es spielen wollt, spielt es ruhig. Es ist super. Ihr könnt es gratis runterladen, glaube ich, von den Grand Mods. Und dann müsst ihr halt noch bei Google eingeben, von wegen Deutsch Patch und so. Ja, genau. Scheiher Loot. Ja, lassen wir jetzt nochmal durchlaufen. Ich möchte gerne noch ein bisschen was sagen. Ja, wie gesagt, June 2000 ist fertig. Wir haben es geschafft. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Jo, Leute. Richtig geiler Klassiker. Gut. Vielen Dank an Flying Dragon und Mastermind, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Und auch an Chris18. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen mit euch. Und ja, nächstes Projekt, Leute. Nächstes Projekt werde ich versuchen, Empire Earth zu spielen, Leute. Das wird richtig cool. Empire Earth kennt wahrscheinlich jeder. Ist ein Spiel, wo man auch die Zeitalter durchmacht. Und ja, aber mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Und ja, Paul Bastardo. Der Ordner-Saboteur. Ja, Leute, wie gesagt, wir haben June 2000 durch. Ich bin fix und fertig von der letzten Mission. Und wow, mein Schreibtisch, der hat sich total verstellt hier. Ja, gut. Ja, da habe ich jetzt mal ganz kurz einen Leck gehabt. Aber war mir echt egal. Gut, Leute. Wie gesagt, wir haben es geschafft. Richtig gut. Und jo, dann würde ich mal sagen, endet das 60-Part-Projekt June 2000. Und jo, bedanke ich mich natürlich bei allen, die zugeschaut haben. Die sich das bis zum Ende durchgeschaut haben. Und jo, wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Ja, würde mich sehr freuen. Und jo, mit Shai Haloud sehen wir uns beim nächsten Projekt, Leute. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.